Ein Shoutout an den jetzigen Trainer von Hartberg. Und du hast dir nur Gutes über ihn berichtet. Sehr kommunikativ ist er, Markus. Kommunikativ, fußballtaktisch wirklich sehr gut erlebt für den Fußball. Er macht sich seine Gedanken. Er hat nicht nur Plan A und B, sondern da kommt auch noch C, D, E, F. C, D, E, F. So Pep Guardiola-mäßig oder was? Die haben ja zusammen gespielt auch. Wirklich? Ja, in der Serie A, damals bei Brescia. Boah, das ist cool. Auf jeden Fall wirklich schwer beeindruckt.